Und darauf reagieren wir heute. Keine Ahnung. Das ist ein Video, die hören dich nicht. Ich weiß. Oh Leute, an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video... Lukas ist auch nicht gekommen. Lass uns nicht anschauen. Zander. Ist richtig. Das ist nur YouTube-Kacke-mäßig. Ja, Mann, das ist mein Grind. Ja, hier ein paar nette Mädels. Ich glaube, es hat das ein oder andere auch schon mal... Hier ein paar nette Mädels. Hehehehehe. Das ist auf jeden Fall meine Droge, Liga. Scheint mir nicht ganz klar. Bei YouTube. Es kam bei uns erst so. Weil er mir... Oh, Alter, das ist so lustig, Alter. Dank unslustig, Alter. Was war das denn? Oh, da läuft ein Tarnhoch. Das hat alles. Das hat alles. Mann, Tiegen, Tiegen sind alles Fresser. Tiegen, Tiegen, Alter, die guten Fresser. Die sind alles Fresser. Die fressen alles. Ich schwör, Digga, ich weiß nicht, in welchem Streichelzoo du warst, Alter. Aber ich glaube, dass dieser Streichelzoo in Cernobill auf jeden Fall nicht mehr eröffnet hat. Und wenn diese Ziegen da alles essen... Überleg dir, du hast 6 Sekunden. Ja, aber was ist das? Oh nein. Ach so. Alter, ist das creepy. Junge. Das ist murky, das ist murky, Alter. 100%. Ich krieg das einfach nicht raus. Weil der zu groß ist. Dann geht mal ein Tor nach oben!